Eine neuwertige Zweizimmer-Etagenwohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich im Kreis Leipzig. Das 1995 erbaute Mehrfamilienhaus wurde 2014 saniert. Das Objekt befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 55 qm. Die Kaltmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 380 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.